herzlich willkommen bei einer weiteren folge mit mir dem toto aca torsten beim clan true warriors und dem spiel clash of clans wie gestern schon gesehen hat unser clan kriegsgegner tatsächlich nicht sehr häufig angegriffen sieben angriffe auf seiner seite 58 angriffe auf unserer seite und ich würde sagen ohne lang herumzureden fangen wir unten an mit den drei ständen angriffen ich denke mal das dorf ist für den ohn nicht der rede wert aber er kommt trotzdem hier mit ein paar drachen raus und hat sicherlich schon welchen petto wir sehen auch gleich sein zweiten angriff auf einen anderen gegner der sicherlich schon etwas schwieriger war aber auch von ihm wirklich gut gelöst wurde und das war hier unser erster drei sterne wenn es nicht ohne zauber mit so ein paar drachen einfaches dorf aber keine frage aber trotzdem sagen wir mal denn wir wollten ja ganz unten anfangen arbeiten und setzt genau ein platz nach oben das war ein drei sternen vom lockout auch mit einem typischen rh8 drachen angriff soweit ich aber weiß ist der knockout jetzt auch mit sämtlichen truppen und die fans ist fertig hat noch ein paar mauren vor sich und geht glaube ich auch nicht auf rathaus 9 da er selber auch noch ein rathaus 9 und 10 hat meines wissens und hier auch gar keine achter mehr hier im clan haben das heißt damit wir wenigstens noch unten ein bisschen so besetzt sind lassen wir die drei accounts schief knockout und den roh glaube ich auf r8 aber unter umständen gehen die auch irgendwann mal hoch und dann gibt sie halt erst mal nur noch rathaus 9 10 und 11 aber sehr leichtes dorf und wie schon angekündigt keine klaren gruppen das heißt also unsere truppen und ganz ungehemmt in die base man musste eigentlich auf nichts irgendwo achten die setze ich wo welche truppe lock ich die klaren wurde oder lock ich sie nicht dass keine gab entfällt natürlich diese frage und es wurde uns dann etwas einfacher gemacht in diesem klaren krieg jetzt ja also eine la weg und kommt hier genau mit einem nun und einem drachen um die zweite la zu schaffen das war natürlich sehr geschickt muss ich sagen das habe ich in der form auch so noch nicht gesehen aber ich weiß dass der guter luft angreifer ist egal mit welcher rathaus stufe und so hat er diese base hier also diese russia base wo ich ja auch hoffnung hatte dass der zweite x bogen auf boden steht ich aufgegeben habe aber stand halt nicht auf boden aber er macht jetzt auch an den dreier drachen nicht so viel schaden und es waren ja wirklich viel dran noch über auch am ende und so waren das hier gute und einfache drei sterne auch die ersten er neuner wurden hier direkt von unserem gegenüber drei sterne wir schauen uns den popi an mit einem typischen heiler pk heiler kombination mit einer typischen pk heiler kombination und den helden dahinter ich sehe die hat schon wieder ein level gemacht in einer woche hat jetzt noch die box im back end und schickte die auch einfach alle auf einmal mit rein die gehen quasi jetzt ein bisschen parallel mit den packers durch diese base durch nehmen sich den äußeren ring durch vor der kass den inneren ring und das natürlich eine optimale aufteilung wo waren das hier auch richtig starke drei sterne vom opi auf diese anfangs er an neuner base und dort sagt man in der regel eigentlich so eine ring wäre es hier im er neuen bereich wenn hier bei truppen gattungen quasi parallel durch diese base gehen dann kommen wir zur 26 das ist ragnar ragnar sowieso drei sterne garantiert so wie ich das sehe auch mit der queen jetzt ein level gemacht kommt ja mit der kombination riesen heiler in diese base hinein ich finde das immer ich kann das überhaupt nicht finde ich sehr tricky gerade wenn sich die riesen mit den heilern und den boland durch so eine base durchfressen müssen aber hier hat er natürlich auch noch nicht so hohen zu machen also die mauern hier sind dann eher low wenn es dann neuner und zehner mauern sind dann sieht das ganze schon ein bisschen anders aus aber hier waren das sichere drei sterne mit richtig vielen truppen die hier noch über sind also das war schon mehr oder weniger ein overkill und ich denke auch mit klaren truppen vom gegner hätte das nicht großartig anders ausgesehen das wären dann höchstens zwei gift mehr gewesen er hat sogar die beiden gift wahrscheinlich auf die helden geworfen ich habe jetzt gar nicht so drauf geachtet aber die man dann halt auf die planburg er ist der drei sterne von jenek entscheidet sich hier für drachen level 4 mit ein paar loons und einem baby drachen hat zurzeit nur seine klinge da ich glaube ich auch im video vorher gesagt hatte oder in einem klaren kriegsvideos davor dass der jenek sein im moment level und blitzt hier zwei glas einfach weg und hat jetzt noch eine lave vorsichtig sehe gerade der gegner hier hat da hinten steht die außen okay das ist natürlich ein gefundenes fressen für eine queen die schätze ich mal die la macht ich habe auch noch nicht alle angriffe gesehen ich bin auch eben erst reingekommen und habe den ck eben auslaufen lassen habe ich dann sofort ans drehen gegeben da ich ja noch das video schneiden et cetera hochladen muss das dauert auch immer seine zeit und ich dann auch irgendwann mal ins bett gehe nächste woche jetzt ein bisschen stressiger auch bei mir ich werde also mit keinem einer charaktere im klankrieg teilnehmen man sagt zweimal ja mensch die zweimal drei minuten hast zwar zeit aber wie mit den stress einfach nicht antun und will das mal nicht im nacken haben auch also eine ganz genüssliche farm woche mit allen meinen charakteren und lasse den klaren krieg mal klaren krieg sein es gibt auch einige die bei uns noch gar kein mitgespielt haben und gehen die jetzt nach der fusion hier rein aus welchem und auch immer helden nicht gemacht karnevalszeit ist ja auch darf man auch nicht bedenken oder verdenken morgen ist rosenmontag bzw wenn ihr das video sehen heute ist rosenmontag muss man dann ja schon sagen und da sind sicherlich einige doch am feiern und am feiern aber so waren das hier mit den drachen ich habe auch schon länger jetzt kein drachen angriff mehr gesehen wirklich ein cooler angriff die papis und ich mache jetzt im rest dass die papis noch dabei sind dass drachen liegen ja nun doch extrem langsam ist viel sauer noch von der und der schüssel oben weg und dann kann das oftmals ein zeitproblem sein das sind die papis sieht man hier auch wesentlich schneller und die machen dann ja wenn sie dann noch was sie leben auch massiv schaden an solchen basis hier okay wir handeln uns hier genau von der space durch zumindest gucken wir uns hier die 1213 an oben ist das nicht mehr ganz so stark gewesen aber wir haben auch im oberen bereich schöne angriffe ich dann noch zeigen werde der patrick entscheidet sich hier also auch für eine heiler kombination fand ich hier mit den baby drachen so dass die pecker hier den weg in die mitte nehmen müssen und hier auch gut rein hat dann becken talks und nach wie vor eine gängige strategie was der h9 basis angeht vielleicht kann man die hocks noch ein bisschen anders schicken dass die so ein bisschen surgical reingehen aber das ist immer jetzt mal je nach base unterschiedlich und der letzte halb zauber hier halt noch mal die parox vollkommen durch schaffen dann auch noch den rest an die die schafft es glaube ich nicht mehr ganz aber er hat noch ein lakain und zwei bäcker und die eine verteidigung vor sich und diese verteidigung wird diese pecker nicht unterschießen können aufgrund ihrer vielen deal points und oben der hat jetzt bestimmt noch gute 1000 deal points ja das schafft vielleicht wochen ein diabol schützen tor schafft aber nicht also ist dann schon eher schwierig zu verteidigen super drei sterne im ersten durchgang das war dann schon der zweite durchgang lauter glaube ich auch sein gegenüber angegriffen den kommen wir uns auch an auch wieder wie ich schon gesagt habe im r9 bereich einfach eine gängige kombination vor allen dingen hier eine sehr sehr gängige kombination weil die luft abwehrend sehr tief in der base stehen und den highlight erstmal nicht gefährlich werden können erfandelt hier auch richtig gut mit den baby drachen und jetzt können die pecker schon nicht mehr woanders hin hat er noch ein paar magier die kann man mitnehmen kann man aber auch fast weglassen wenn eine klanburg truppe aus der luft also drachen ballon lakain dann ist macht es natürlich sinn weil die queen noch ein bisschen länger braucht um immer so ein bisschen in das herz einer base rein zu kommen da die natürlich die fans macht oder die gebäude macht die ein bisschen in ihrer range liegen und range ist dann schon schon etwas weiter das heißt hängt sowieso immer etwas dahinter und macht schon sind einfach ein paar magier mitzunehmen die dann luftgruppen erledigen und clean up hier wie gewohnt mit den box das hat auch richtig gut geklappt die reiten da vorne voll im hiel durch jetzt kriegen sie noch mal die volle ladung hier und reiten da die ganze zeit durch also die heilzauber hiervorm lauter hat wirklich gut gesetzt ist auch gut gesetzt ich bin jetzt noch mal auf die kanone die skelette sterben alle jetzt sind es noch zwei devs und er hat noch ein wohler der in heilung ist der ist aber auch sterben wird aber noch zwei pecker zwei magier einbogen schütze und den king ging noch voll zündbar auch das ist gegen das bisschen was hier an die fans steht jetzt kein ding mehr wenn er den king hier kurz vor ende zündet hat er noch mal richtig viele barbaren im gepäck das heißt also er erhöht noch mal die menge der truppen auf dem feld die als ziele zur verfügung stehen schafft hier wirklich gute drei sterne im ersten durchgang das ist alles zweiter durchgang dass es muss ich sagen war ein sehr guter kampf den zeige ich auch gerne das ist um die w8 der w8 ist ein frischer er hat sehen und hat im moment quasi noch rh9 gruppen macht hier mit einem green walk an der wirklich gut läuft und dann mit einem golem mauerbrecher rein das heißt man ist schon mal ein stück weiter in der base wunderbar den eilzauber jetzt nicht ganz verstanden aber es kann sein dass er für die weitere mauerbrecher war denn er kommt jetzt mit der masse seiner truppen hier in die base rein also auch mit den valkyren queen wird das rathaus machen und so waren das hier für den w8 sein noch 220 truppen also nach wie vor rh9 niveau und auch sein rh9 niveau truppen wirklich gute zwei sterne mit wie ich finde akzeptablen prozenten also es war wirklich das angriff wie ich fand und hier war zwar auf der base jetzt nur noch ein stern zu holen nämlich der dritte das war jetzt sein zweiter angriff aber der muss ich sagen war richtig gut die zweiten angriffe oder überhaupt die angriffe wenn dann basis schon gemacht sind sollte bei uns ja in der regel üben gehen ich habe fälschlicherweise zwei angriffe davon für lot angriffe benutzt das war sicherlich blöde von mir war keine frage ich habe mich dafür auch entschuldigt er kann ich nicht machen wenn sie gewesen sind sind sie gewesen und so habe ich mit zwei meiner chance ganz billig die 15er base nur mit einer queen gemacht hier im hinteren bereich ich hab's auch ich hab's eingesehen dass das doof war zu dem zeitpunkt muss ich aber sagen war für meine neuner neuner bereich so gut wie nichts mehr zu holen und dann will ja auch jetzt wenn man dann effektiv üben will dann das war ich war jetzt nicht ganz der nächste freie aber wir brauchen dann auch nicht 20 angriffe auf die eine auf die einzige oder die tiefstehendste er hat 10 days machen und immer verkacken weil natürlich kein neuner unbedingt meine rh10 oder eine max r10 base drei sterne holt und so habe ich hier zwei unsinnige angriffe gesetzt ist halt so gewesen ich kann es jetzt nicht mehr ändern hat auch ein bisschen tumult ausgelöst im klaren vielleicht sieht der ein oder andere das spiel dann auch bisschen zu eng den habe ich gestern schon gezeigt und ist ein bisschen zu tief drin klar war mir das vielleicht in dem moment als anführer jetzt nicht so bewusst dass das natürlich scheiße gegenüber anderen war weil ich natürlich auch das ganze immer wieder verteidigen und sage wenn wir unten alles zu haben dann können wir nach oben hin üben aber irgendwann wird das üben dann auch unrealistisch weil ich muss nicht mit einem rh8 jetzt auf rh11 üben um da unbedingt ein stern zu schaffen oder was auch immer das ist dann auch blödsinnig da verballert man nur seine angriffe und seine ressourcen dann schnappe ich mir doch lieber nackiges rh9 als rh8 oder ich habe mir erhalten rh10 was gerade so machbar ist mit meinen oder mit den rh9 truppen und über da halt einen angriff er wird dann natürlich unter umständen nur ein oder zwei sterne sein jeder wahrscheinlich auch noch nie erzählen weil sie gemacht wurden und dementsprechend schneiden leider solche charaktere dann von acht angriffen nur vier sternen ab weil der rest schon gemacht wurde scheinbar sieht das aber nicht jeder so und jeder ist halt anders so was schauen wir uns noch an wir gucken uns den vom sir amelot noch an damelot ist ein rh10 auf ein rh11 auf einen auch ganz gutes rh11 muss ich sagen hat 10 oder er hat 10 in der in der base hier hat ein adler also alle hatten ja auch den adler auf level 2 es gab kein vom gegner der den adler noch auf level 1 hat und kommt hier richtig gut in die die base rein mit seinen truppen bowlern und valkyren und frisst sich jetzt quasi durch also das hat hier richtig gut funktioniert und zwar richtig krasser drei sterne von zehn auf zehn also so ganz natürlich optimaler weise laufen zehner drei hat hier mal eben elfer und elfer können dann in der regel stärkere er hat zehn machen zwei oder mit drei sternen oder zwei sternen und vielen vielen prozent das ist dann immer aus der ck leitung irgendwo aus zu kristallisieren was man jetzt noch benötigt in dem krieg haben wir nichts benötigt ich habe ihn vielleicht auch ein bisschen dazu leicht genommen weil wir eigentlich immer gefordert werden und wenn man dann vielleicht nicht mehr so stark gefordert wird dann macht man auch mal vielleicht nur ungelassen fair wo man dann einfach mal sagt na das ist jetzt gleich hier und ich muss mich jetzt nicht stundenlang auf dem gegner vorbereiten das mag dann vielleicht lustlos rüber kommen aber letztendlich baue ich natürlich ck truppen und setzte die ck truppen wie ich die in jedem klankrieg nutze ich habe vorher im plan und wenn der plan nicht auf geht geht er nicht auf und wenn der plan aufgeht ist doch in ordnung so wir haben noch zwei kämpfe glaube ich die ich zeigen wollte vier auf vier das ist der joker 11 auf 11 und hier also auch mit einem schwingen wort durch sehe gerade ja holen und hexen die hexen können noch ein level vertragen aber wo er bei zucker sehe ich gerade ihn auf rathaus 11 jahr auf level 3 hoch aber er kommt hier jetzt ganz gut in die base rein den fahne der fahne geht zwar ein bisschen außenrum mit dem king das ist aber wahrscheinlich in dieser situation nicht das entscheidende sondern entscheidend ist dass der worden die masse der truppen die mitte anvisieren ist auch gut reingekommen hat jetzt noch ein sprung zauber und ein eil zauber im petto acht valkyren dann für den clean absorgen werden und ich hatte das auch schon mal ein zwei klankriege vorher so durchgesprochen ja der richtig krass die 180 grad nämlich gemacht und dann machen die valkyren hier auch den rest wobei das rathaus glaube ich schon war noch nicht dauernd ganz war der letzte mauer weil dann natürlich ganz extrem viel beschuss ist aber das macht dann an der stelle auch nichts mehr last but not least in drei sterne von max auf die nummer eins max hat sich hier für einen lalon entschieden das heißt er versucht eine lahm mit seinem kill squad zu bekommen hier steht das kill squad aus king und worden da fällt die la schon und noch ein paar gebäuden wie zum beispiel ein x bogen der auf luft steht oder ganz ganz wichtig worden noch zu erwischen den worden den adler noch zu erwischen das gelingt ihm hier auch und danach hat er meines wissens 300 dabei nämlich ein der klanburg und zwei bei sich selber spulen denn auch ein bisschen vor das geht es gott ist immer noch dabei donnerwetter das war ganz schön lange auch diesen kampf hier hatte ich mir nur kurz einmal angeschaut um zu sehen und was für eine gruppen kombination es sich hier handelt damit ich mich nicht erst während des kampfes darauf einstellen muss und da war nur noch einen ladern hinten links über die fließt er sogar noch das ist natürlich dann schon luxus wenn man das an der stelle machen kann weil in der mitte schon alles weg ist was entferne heißt es war heißt und so hat er sogar den lavahund auch mit als china truppe was natürlich auch nicht schlecht ist für diese etwas klein geraten der elf ist aber genau das richtige super drei sterne eins auf eins das haben wir auch nicht jeden ck aber wie gesagt 75 zu 14 gewonnen damit wird unser kriegslog wieder etwas grüner und wir können weiter unsere hellen machen schnappszahl 222 gewonnene kriege unser warwind strike ist wieder auf 1 und das gibt uns natürlich hoffnung dass wir die nächsten ck auch so gut abschneiden kurzes farm update beziehungsweise dorf update bei mir ich habe einen bogenschützen turm fälschlicherweise auf level 13 gestartet weil ich habe es überhaupt nicht gesehen ich habe es echt übersehen ich hier noch einen elfer stehen habe was natürlich richtig blöde ist der ersten elfer machen sollen damit ich so ein bisschen in meinem turn bleibe auch das ist ja so ein kleiner stehen wo man sich genaue ziele setzt sich mal erst dass ich mal erst dass er sich war erst das und ist aber nicht so schlimm denn ein archer tower läuft in drei stunden 33 minuten aus das wird dann der hier sein ich werde die beiden dann auch durch tauschen dass ich in der mitte einen aktiven habe und am rand einen inaktiven habe und dann geht der halt erst mal auf level 12 nichtsdestotrotz geht der erste auf level 13 dann ist er ja so schön so schön golden so mag ich die auch viel viel lieber also auch viel viel mehr schaden mache machen ein king kann ganz genüsslich weiter pennen meine forschung läuft den einen tag aus und ich denke ich habe das dunkle natürlich locker zusammen was die erste forschung dann kostet umständen habe ich sogar in den vier tagen schon wieder genug dunkles elixier um den ging einfach gleich weiter zu machen ich mache den so lange weiter so lange wie ich das dunkle immer immer innerhalb von einer woche mit meinen truppen dann wieder rein farme ohne mich großartig anzustrengen also ganz normal zwischendurch an den tagen einfach mal an angriff machen und abends mal zwei drei angriffe mehr und so wird das dunkle lager sicherlich dann auch wieder voll wenn euch diese etwas längere ck folge gefallen hat dann lasst mir nach oben da abonniert meinen kanal falls ihr noch kein abonnent seid und dann sehen wir uns in dieser woche sicherlich mit einem neuen video wieder wenn es da heißt der toto lässt